Kunishige Kamamoto ist ein ehemaliger japanischer Fußballspieler und Trainer und derzeitiger Funktionär und Politiker. Karriere Kamamoto begann in der vierten Grundschulklasse mit dem Fußballspielen und betrieb den Sport auch nach seinem Wechsel an die Yamashiro-Oberschule, der Präfektur Kyoto. Von 1963 bis 1966 studierte Kamamoto an der Vaseda-Universität und wurde dabei viermal in Folge Torschützenkönig der Kantor University League. 1967 schloss sich der Stürmer Yenma Diesel an, für die er bis 1984 in 251 Spielen der Japan Soccer League 202 Tore erzielte. Von 1978 bis 1984 betreute Kamamoto Yenma Diesel als Spielertrainer und anschließend als Trainer. 1991 übernahm er das Training beim Ortsrivalen Matsushita Electric Industriel und betreute das Team, das sich nach der Gründung der J. League in Gamba Osaka umbenannt hatte, bis 1995. Erst 2009 widmete er sich wieder dem Traineramt und zwar bei dem unterklassigen Fuji der Mai-FC, dem japanischen Mai-Football-Club Ponder zum englischen Epps Fleet United. Kamamoto wurde 1995 für die liberal-demokratische Partei über die nationale Verhältniswahl in das Senjin, das Oberhaus des japanischen Parlaments gewählt. Innerhalb der LDP schloss er sich der Mitsuzuka-Mori-Fraktion an. 1998 wurde er zum Vizepräsidenten des japanischen Fußballverbandes ernannt. Yoshiro Mori berief ihn im Jahr 2000 als Staatssekretär im Sozialministerium in sein zweites Kabinett. Bei der Senjin-Wahl 2001 erhielt er nur knapp 60.000 der neu eingeführten Präferenzstimmen landesweit und verlor sein Mandat. 2002 gehörte Kamamoto zum Vorstand des Organisationskomitees der Fußball-Weltmeisterschaft. Nationalmannschaft 1962 und 1963 nahm Kamamoto mit Japan an der U19-Fußball-Asien-Meisterschaft teil. Zwischen 1964 und 1974 bestritt er insgesamt 61 Länderspiele für die japanische Fußball-Nationalmannschaft, in denen er 55 Tore erzielen konnte. Er ist somit hinter Kazuyoshi Miura der zweitbeste japanische Torschütze. Kamamoto nahm mit Japans Team an den Olympischen Spielen 1964 und 1968 teil. Bei den Olympischen Spielen 1968 konnte Japan die Bronze-Medaille gewinnen und Kamamoto war bei diesem Turnier mit sieben Toren der beste Torschütze. 1966, 1970 und 1974 war er mit Japan bei den Asien-Spielen am Start. Weitere Erfolge und Irrungen Japanischer Fußballmeister Japanischer Pokalsieger Japanischer Fußballer des Jahres Torschützenkönig der Japan-Soccer-League 14-malige Berufung in die japanische Elfe der Saison Fünfter Platz bei der Wahl zu Asiens Spieler des Jahrhunderts 운�線 Florian